hallo liebe freunde ich freue mich dass ihr auch heute wieder dabei seid heute begrüße ich euch von der mecklenburger seenplatte aus dem kreis neustrelitz und ich möchte euch mit einigen kleinen impressionen aus dem roten moor verwöhnen und ich hoffe ihr habt auch daran euren spaß so Musik Musik Musik